Gucken wir es uns an, vielleicht ist es ja ein Krafttraining. Ich hoffe es. Wird das halt ein Stunden-Part. Nicht ein Part, sondern eher gesagt so, ja. Noch zwei und wir haben wieder was zum Einsetzen. Es ist kein Kampf. Nehmen wir jetzt den Knopf in das Feld, ich höre Maschinen. Willkommen Pilger, mein Name ist Rimosar, im Namen der Gottin Hylia soll zu geprüft werden. Was da ist, ist das gut gelesen. Okay. Okay. Verstehe. Rätsel gelöst. So was da einfach. So. Roll! Ey, du willst mich doch verarschen Noch einmal Ah, es aqui toch Ok Ich kann mich von hier aus denn eins grabben? Eben nicht. Aber wie soll ich das denn sonst machen? Hä? Toll, das war genau das, was ich nicht machen wollte. Oh nein. Nö, geht nicht. Nö, kann ich vergessen. Scheiß auf die Kiste, scheiß auf die Kiste. Oh nein. Oh nein. Schon wieder ne Kiste, die ich nicht krieg. Ich muss die Kisten einfach mal gucken, wie man sie kriegt. Man kann ja immer wieder zurück. Wenn da nichts Gescheites drin ist, werde ich es sowieso erfahren. Ja. Waffen mit Todesstoßeffekt. Ja sowas gibt es auch. So, ich will aber dieses Gebiet freischalten, dafür muss ich auf den Berg. Ich hoffe, das ist keine große Herausforderung. Wir kennen das ja, das weißer Vogel, den kenn ich noch nicht. Da hinten ist wieder ein Schrein. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es gesehen. Da hinten leuchtet was Geheimnisvolles. Ich sehe es schon kommen, da wird eine Prüfung auf mich erwartet. Nur um auch drauf zu kommen. Wir hätten hier gibt es noch einen Eisbär. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Du brauchst da nicht rauf, kleines. Meint er schon. Der Hebraturm. So. Die Frage ist. Wird das reichen? Ja. So. Ups. 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 Ich habe mittlerweile so viel Ausdauer, ich klettere solche Türme locker hoch. Ups. 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 Also regenerieren. Also regenerieren. So, und wir haben eine neue Karte. Das heißt, das andere Gebiet werde ich noch im nächsten Part freischalten wahrscheinlich, weil es ist einfach... Was ist das da hinten? Das müssen wir auch noch erkunden. Warum müssen wir noch so viel erkunden, Leute? Das wird das längste Projekt auf meinem Kanal. Und es ist okay. Bei Resident Evil ist es auch so, da wollte ich wirklich nicht, dass es endet. Mittlerweile gefallen mir die Videospiele von heute sogar besser als damals. Und das ist etwas, wo ich mir denke, wow, die kriegen das wirklich besser mal wieder hin. So, das ganze Schneegebiet ist freigeschaltet. Jawoll. Uh. Anders kommt man auch gar nicht rein. Ah, deswegen ist es hier so kalt. Das gehört ja auch noch zu den Ornis. Dieses Gebiet. Wenn man es jetzt so sieht. Wollen wir das andere noch hinterher machen? Leute. Ich glaube. Ja. Das machen wir, nachdem wir die Gerudos fertig haben, machen wir das, oder? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl... Warte, ich gucke mal, ob ich vom Tabantaturm aus was sehe. Weil ich habe den Turm ja noch nicht markiert. Und wenn ich... Wenn ich äh... Markiere... Dann finden wir es wahrscheinlich eher. Das Problem ist, dass das Gebiet... nicht zu sehen ist, wo es ist. Deswegen gehe ich auf den Turm. Da müsste man es sehen. Also, was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn man jetzt eine warme Rüstung anzieht. Dass man automatisch schneller ins Schwitzen kommt. Das wäre noch geil gewesen. Aber gut. Die Entwickler können ja nicht an alles denken. Hätten das vielleicht auch nervig gefunden. Deswegen... Es ist okay, so wie es ist. So. Sehen wir denn den Turm von hier aus? Sehen... Wir sehen dann Turm. Naja... Ja... Ja... Äh... Okay, da will ich hinreisen. Schon wieder ersprung ich richtig geglückt. Wünscht mir Glück. Dass ich da was finde. Ich weiß nicht. Ist das der Turm? Oder der da so lange herzieht... Ich kann ja mittlerweile lange klettern. Ich glaube, das wird kein Problem. Ich hoffe nur, dass wir da hinkommen. Wenn ich meine Flugbahn genau berechnet hatte, müssten wir kurz davor aufklatschen. Zur Not muss ich Ausdauer. Brauche ich Kletterrüstung. Komm, ich ziehe mal die Kletterrüstung an. Nein, das ist nicht die Kletterrüstung. Die Kletterrüstung... Ach, die habe ich auf der anderen Seite. Ah, da. Vorher erst mal schönen Ausdauersnack. Hätte ich gar nicht gebraucht. So, weiter geht's. Boah, das ist so geil. Ich will die Schuhe noch unbedingt haben. Ich gucke nachher mal, wo die sind. Oh, oh, oh. Meck, ich habe das Bandschwert. Ich muss sagen, das Master-Schwert sieht in diesem Spiel genau so aus wie das, was ich bei ToyStyle erst gestellt habe. Da wir eh die Gurudos mapen wollen, sind wir hier auch ziemlich richtig. Oh, Fledermäuse mit Elektrizität. Den weiche ich mal aus. So. Ich liebe diese Kletterhände. Und trotzdem beschleunige ich das nochmal um einiges. Das ist kälter. Hm. Hm. Und da wohnen Es gibt gar nicht so viele Bögen, habe ich das Gefühl. Wir haben nur 6 Minuten Kälteschutz. Ich habe den Turm gefunden. Aber ich will trotzdem nach ganz oben. Auch wenn ich den Turm jetzt sehe. Wenn ich jetzt noch die Schuhe hätte. Ich werde gucken, dass ich die Laufschuhe noch bekomme. Dann habe ich dreifache Geschwindigkeit. Das ist schon nice. So was zu sitzen. Was ist das denn hier? Leute, es geht noch höher. Ich will hoch genug sein. Das blaue ist das, wo wir hin müssen. Ich werde? Boah, ist das hoch. Von da hinten. Boah, man sieht ja gar nichts. Von da hinten nach unten springen. Was war das denn? Also das Schneegebiet sieht geil aus und verdächtige Orte. So richtig verdächtige Orte werde ich wahrscheinlich mit... Warum sind hier Bananen? Schwert Bananen. Da hat man sich einfach mal gedacht, doch komm, die Bananen haben halt die Fähigkeiten von Shredder oder so. Finde ich ein bisschen so, ich weiß nicht. Also die Namensgebung, da hätten sie ein bisschen kreativer sein können. Und nicht so, ach, das soll jetzt das verstärken und das soll jetzt das verstärken und das soll jetzt das verstärken. Da bin ich nicht so ganz mit zufrieden. Oh, wow. Okay. oh Alter, kurz ist es schon mal. Kommt. Was ist das? Das ist ein ganz anderer Noch mal ein Kälteschutzding reinhauen Ah, die Kraft neigt sich dem Ende zu Das Masterschwert ruht und schöpft neue Kräfte Neue Kraft Okay Und wegen Masterschwert unzerbrechlich Voll ins Gesicht Lebt noch wer? Ist da drinnen noch jemand? Hallo Oh ja Noch mehr? Oder gibt's hier einfach keine Truhe? Dann gehen wir weiter Der Himmel ist auch klarer geworden Jetzt kann man auch wieder besser sehen Das ist übrigens die höchste Stelle wahrscheinlich Wo wir sind Und das wollte ich ja Denn wenn wir Glück haben Können wir voll drauf springen Bis dahin 毒 Das Master Schwert kann wirklich kaputt gehen. Ich bin gespannt wann es wieder kommt, also wann ich wieder die Kraft benutzen kann. Das wäre so krass wenn man sich immer wiederholen müsste, das wäre so, oh nein, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ich glaube, man muss von einem hohen Ort dahin springen. Guckt euch das lange Ding mal an. Das racht hier einfach aus dem Nichts. Äh, was? Der Gerudo-Turm. Das letzte Gebiet. Was eigentlich auch nicht so ganz interessant aussieht. Aber mittlerweile friert Link wieder. Schika-Stein oder Kanschika-Stein oder Halt wird. Und ich muss sagen, dass es so viele kalte Gebiete gibt. Finde ich doch noch gut, weil dabei habe ich gar nicht mehr gedacht, dass es wirklich so viele kalte Gebiete noch gibt. Es gibt also richtig kalte Gebiete. Ja, damit haben wir die letzten Gebiete erforscht. Und somit... Reicht das doch erstmal? Die gesamte Karte wurde hinzugefügt. Es müssten dann überall Schreide noch zu sehen sein. Das wäre geil. So, das ist die gesamte Karte Hyrule. Obwohl, ich sag ja Hyrule, aber das ist hier irgendwie so Hyrule. Obwohl, man kann schon das Ganze als Hyrule eigentlich bezeichnen. So. Hebra, Elden, Akala, Raneel, Necluda, Firone. Es gibt alle Orte plus noch ein bisschen mehr. Gebiete, die wir wahrscheinlich noch nie Link oder sonst mehr zuvor gesehen hatten. Und unser nächstes Ziel ist klar. Wir werden die Grudos unsicher machen. Und ich glaube, da ist nämlich das letzte Dingens... Dingens, Dingens da. Die letzte Prüfung für die Rüstung. Ich werde aber erstmal gucken, wo es die Schuhe gibt von der anderen Rüstung, die mir noch fehlt, das Set. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, euer Zwinita.